So, kaum geschlafen, alle. Harde sind scheiße, aber egal. Ist für den Schall alles gut. Ich küsse euer Herzen, ich küsse eure Nachrichten, Freunde. Ich halte euch up to date. Ich muss erst mal noch aufpassen, alle. So, share webs, ich hab's nicht geschafft, heute Story zu machen. Unser Flug hatte sehr, sehr schlechte Neuigkeiten. Ich hab das einmal nie geklappt, dann war ich tot, traurig, ca. 15 Sekunden. Und dann hatten wir uns ins Auto gesetzt und ca. um 15 Uhr sind wir in Türkei. Also es hat auch noch geklappt. Kampelan, es ist alles gut. Die Briz sind auch da, ich weiß noch, wann die alle sieben. Hier fährt, hier ist noch andere hinten. In Selim sind wir, Selim, wir sind alle da, Alter. Wir freuen uns, um normal in Türkei gehen zu können. Und endlich dort mit abwarten zu können und so. Ich bin voller Energie, Alter. Es wird inshallah gut. Es fliegt immer schlimmer in Türkei. Aber ich geh im Namen von uns an, inshallah. Inshallah ist dir das Hassanah, was ich machen werde von uns alle. Ich küsse euer Herzen, Alter.